hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown it's rumble time again und wir kämpfen jetzt gerade gegen texas 26 und müssen jetzt hier zu sehen dass wir das bestmögliche ergebnis rausholen was war denn eigentlich der matchmaking ranking irgendwas 71 glaube ich 71 so smoking texas 26 das reicht leider nicht weil die haley den bodyguard drin hat aber sollte trotzdem ja jetzt immer jetzt immer durch so mr deliver werde ich mich wieder hoch heilen und jetzt kommt noch das schild hier mit hinzu ja mal gucken wie viel sind 96 im ersten match ja noch ungefähr eine halbe stunde zu spielen wir haben momentan arge probleme was die aktivität anbelangt manche sind im urlaub in ländern in denen du scheinbar mit dem internet probleme hast andere gesundheitliche probleme sehr schlimme sachen teilweise und das das ist ein wunder dass wir trotz allem also dieser dieser rumble hier überrascht mich total wir haben ja das letzte match das erste mal gegen die glorious golden assassins gewonnen und das mit einer nicht wirklich guten beteiligung wir hatten glaube ich nur 42 gehabt das ist nicht viel und haben trotzdem gegen die gewonnen das letzte mal als wir gegen die oder die letzten male aber mit 47 und so deutlich viel schlechter ausgesehen und jetzt mit 42 gewonnen jetzt kämpfen wir auch wieder dass wir irgendwie auf über 40 kommen und ich weiß nicht was da momentan los ist also beim ich weiß manche haben sich gemeldet und ich weiß dass da ja da kannst du nichts machen das ist also wenn da sachen dabei sind die in der richtung in die richtung gehen aber das sind ja nicht alle weißt du es sind müssen zwei leute von denen ich weiß dass die jetzt aktuell nicht aktiv sein werden aber was ist mir den restlichen acht oder neun ja 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 es fällt ja immer mal irgendjemand mal zwischendrin aus aber aber so so schlecht hatten wir schon echt ich kann mich kaum daran erinnern das ist schon ewigkeiten her dass wir so eine geringe beteiligung hatten das ist schon ja wahnsinn aber gut trotz allem haben wir ein super ergebnis aktuell hier am start und das ist das was mich am meisten irritiert also irgendwo wir sind ziemlich stark jetzt geworden und trotzdem so eine schlechte beteiligung naja aber da kriegen wir schon wieder das wird sich das ist wenn man wieder in griff gegen kohann schompf wir sind auf einem guten weg so das sind die sorgen eines gilden leiters und wahrscheinlich auch einige mitglieder des teams so wir die kämpfen natürlich auch und das ist nicht schön wie viele haben denn bei denen aktuell also ehrlich ich hoffe nicht dass wir das noch zum schluss irgendwie verlieren werden wir brauchen echt jeden punkt das wird mega eng werden diese ganze kiste hier wie lange haben wir noch zeit sind noch knapp 20 minuten 20 minuten die wir überleben müssen ich kämpfe bis zum bitteren ende leute ich kämpfe bis zum bitteren ende war das eine gute idee die die lina zu spielen ich spiele sie die oktoberfest lila und ja jetzt noch mal hier noch die furzschule für hochbegabte nebendran dann kann ich nämlich gleich die tina noch mit drauf platschen und dann haben wir den baum hier die fahrtskull jimmy junior noch und jetzt schauen wir mal was was zum schluss noch rauskommt 98 so eigentlich ein ganz gutes ergebnis würde ich sagen sechs matches sind noch offen und wir bauen unsere führung erst mal wieder aus sehr sehr wichtig gegen so jetzt haben wir hier die tom landry middle school und die tom landry middle school passt eben am besten zum peter der peter ist auch noch drunk das heißt das ist aktuell die beste wahl damit kriege ich natürlich absinthe down und so wie das aussieht hat er jetzt auch nicht so kommen wir mal in stu dann haben wir wenigstens gleich noch mal acht nach vorne so wie das aussieht hat er auch gar nicht so die krassen kranken karten hier am start hier kann ich noch mehr nach vorne ballern und gegen ozocho haben wir jetzt gewonnen mit einer glatten 100 sehr geil so nächstes match texas 26 matchmaking ranking 71 und das ding gewinnen wir mit so einer beteiligen unfassbar als manchmal ist es wirklich auch eine glückssache welche gegner man bekommt es hätte auch ganz anders da aussehen können so power tucket patriot ale jetzt habe ich zwei möglichkeiten eigentlich habe ich sogar ja ich habe sogar mehr aber also wir hätten zum einen den betrunkenen peter der würde den roger da oben zerstören wir haben aber auch die betrunkene peggy die relativ schnell nach oben kommt der roger wäre beim peter nach einer runde down kommen wir nehmen jetzt den roger einfach und dann genau haben wir den down furz schule hochbegabte da kann ich dann jetzt hier als nächstes die susen beul drauf spielen die hat auf jeden fall gute chancen gegen longhorn bobby stewie als nächstes gegen bruce 07 und kommen wollen wir den karate stewie rauslassen nein das machen wir jetzt mal nicht wir lassen den jetzt mal so drin auch zum heilen noch hier der heilt sich nämlich selbst und jetzt werden wir mal hier den abschluss machen das ding ist gewonnen gegen blues 07 mit 97 punkten wie viele matches haben wir denn noch wie viele matches haben wir denn noch es sind jetzt noch offen vier stück so ich bin gleich wieder da kurz mal was machen so 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 da sind wir wieder zurück und jetzt werden wir hier die nächsten kämpfe machen so so keiner okay ich kämpfe jetzt gegen keiner und das ist natürlich geil ne Fieberträume ist cool aber Cadet Hill ist natürlich für den First Hit eventuell besser und da kommt er mit einem Bill Daughtery ein Cadet Hill macht ja jetzt schon gleich auf Anhieb ach der macht so viel da sitzt da passiert jetzt echt nichts mehr Begrüßungs Mojitos setze ich noch gleich nebendran und dann ist keiner auch schon wieder weg so hier noch den Stewie nebendran gesetzt und dann haben wir keiner keinen besiegt mit einer glatten 100 gutes Ergebnis ist da so ja jetzt sind wir auch schon auf über 37.000 und ich will jetzt nichts vorbeggreifen aber ich glaube nicht dass die das noch schaffen dann Ashes 1 Bobby und nochmal der Cadet Hill ja jetzt haben wir schon also wir haben jetzt bereits 53 Angriff das reicht nicht um das Hasenkostüm wegzubekommen 53 50 er hier hat äh für Family Guy Schild so ich werde jetzt einfach hier von der Seite pushen und dann ist das Hasenkostüm auch weg so und dann haben wir es auch schon wieder mal geschafft gegen Ashes mit einer glatten 100 ja es ist auf jeden Fall immer mal sinnvoll auch einen Blick auf die auf die Karten zu beziehungsweise die Charaktere zu werfen jetzt gehen wir doch deutlich nach oben und werden dieses Match hier definitiv so wie es aussieht also ich glaube nicht dass in der letzten Viertelstunde uns das jetzt noch weggenommen wird ähm Begrüßungsmojitos Tequila Roja das sind hier ähm ich könnte natürlich auch also ich würde sagen ich fange jetzt mal mit dem Bob an und dann schauen wir mal was der Herbert was der Herbert was der hier so bringt das ist natürlich jetzt ärgerlich ne das ist natürlich jetzt ärgerlich also ähm ich weiß jetzt nicht was komm wir gehen jetzt gleich hart mit dem Dr. Bobbenstein ran und das Thema mit Death Metal also Herbert du hast irgendwie scheinbar noch nicht mitbekommen dass äh Musik weg ist Peggy die tennis Ich spuche jetzt von der Seite mit� Tooney so ich habe ja schon 88 jetzt kann ich ja noch des Karate's Duy gleich noch hinterherflatschen und das ist er da ist es hundertneun Angriff ein Dr. Bobbenstein bringt mich auf eine glatte 100 ist natürlich mega cool. Irgendwie leckt gerade die Aufnahme ziemlich, habe ich das Gefühl. Ich frage mich warum. Noch ein Match ist offen. Ja, das sind jetzt 2000 und bei deren Durchschnitt brauchen die mindestens drei Leute, um diese 2000 noch zu erreichen. Drei Leute. Ich glaube, das Ding können wir uns safe einfahren. Ich fange jetzt mal mit Bob an und dann schauen wir erstmal, was da kommt. Hank Hill kann dagegen jetzt gerade mal nichts ausrichten. Jetzt ist natürlich die große Frage. Hier hätte ich 41. Wenn ich jetzt die Furzschule für Hochbegabte direkt nebendran Sätze habe ich 49. Wenn ich es aber andersherum mache, hätten wir hier erstmal 37. Das würde für das erste Ding reichen und dann nochmal 17. Dann wären wir bei 54. Ich weiß ja nicht, mit was Sisi da kommt. Komm, wir gehen jetzt auf Nummer, wir gehen jetzt erstmal auf Nummer sicher. Wir spielen den Christmas Punch-Out. Jetzt kommt er mit einer Powtucket Patriot Ale. Das ist für mich gut gelaufen und jetzt muss ich schauen. Was haben wir denn? 49. Auch das reicht für Begrüßungsmojitos. Jetzt habe ich nochmal. Wir haben jetzt hier nochmal 8 Stück mit hinzu. Wir sind bei 49. Das 8. Das reicht alles jetzt ganz locker. Easy peasy. Noch der Bobby und ich spiele jetzt hier noch den Baum, damit der wenigstens nochmal sich hoch heilt und dann haben wir eine glatte 100. Ich würde sagen, das Ding ist auf jeden Fall gut gelaufen für mich. Die sind eigentlich ganz gute Ergebnisse, weil rausgekommen. Wir haben jetzt hier, ja, die versuchen jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen was zu machen, aber das reicht natürlich nicht. Bei denen 47. Ja, dann haben wir das sowieso gewonnen. 47. Die bräuchten 50. Schauen wir aber bei uns rein. Cuddly und Bounty. Beide mit einer sensationellen, unfassbaren 1000. Ich habe 989. Dann haben wir Updämmen. 984. Tipico Lada. 984. Chris. 979. Exame. 976. Teclis. 976. Benitha. 976. Ah, 985. Alessio. 982. Dytronic. 981. Sonja. 960. Tularis. 950. Junkett. 956. Robert. 953. Natty. 948. Jesse. 948. Gecko. 946. Lord Ado. 946. Thomas Cookie. 945. Manu Bayer. 943. Manuel K. 941. Zardos. 939. GamerGuy. 938. Krankus. 935. Michael. 929. Henni. 923. Dennis. 918. Dann haben wir den Oliver. Mimo. Ulrike. Brownie. Stromie. Sean G. Kings. Topdus. Eat Fresh Food. Apokalyptica. Depp Harte. Enskar. 41 Leute hier aktiv gewesen jetzt. 8 Minuten sind noch zu spielen. Ähm. Oh, der tägliche Anmeldebonus. Okay. Ja. Ich denke. Also wie gesagt. Die müssten jetzt mit den restlichen Dreien auch noch kommen. Und die müssten dann auch noch voll absahnen. Aber sie kämpfen. Sie kämpfen noch. Ich glaube. Das dürfte da unten dieser T. Jackson sein. Ja. Ich bin jetzt nicht auf dem Schirm. Es sind noch 1700 Punkte Unterschied. Das heißt. Wie gesagt. Es werden noch mindestens zwei Accounts. Ja. Warum ist die Aktivität gerade so am Boden? Es ist seltsamerweise oft so, wenn wir wirklich richtig gut und stark sind, dann passiert irgendwas. Ich habe keine Ahnung aktuell. Aber gucken wir mal. Ähm. Sieben Minuten sind noch zu spielen. Aber ich denke, das haben wir eigentlich. Ich müsste aber jetzt noch die Tina umstellen. Auf die Verteidigung. Ich denke, das sollten wir eigentlich im Sack haben. Ja. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder ist. Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.